Wenn Influencer sagen, mich haben so viele Leute gefragt, wie ich meine Haut zu glatt und rein bekomme, dann ziehen sich bei mir die Augenbrauen automatisch hoch. Aber genau deshalb fangen wir heute mal genauso an. Gerade bei Mikrofontests haben mich tatsächlich viele Leute gefragt, womit ich denn eigentlich meinen Ton hier im Studio aufnehme, eben gerade weil der Unterschied von den getesteten Mikrofonen zurück zu meiner normalen Studio-Tonumgebung meistens so ein richtiger Aha-Moment war. Und das hat seine Gründe. Das Thema Ton habe ich am Anfang absolut stark vernachlässigt. Hört hier zum Beispiel mal kurz rein. Hallo und willkommen beim Schießstand. Heute geht es um das Thema Belichtungszeit. Belichtungszeit ist die Zeit, wie lange die Kamera ein Bild aufnimmt. Immer schön viel Geld in Kameras und Objektive gesteckt, aber Ton und Licht, das wurde richtig schlimm links liegen gelassen. Das geht schon, da kann man sich ja was basteln und so weiter und so fort. So nach dem Motto, passt schon, kommt ja auf den Inhalt an. Aber nein, man, das ist totaler Quatsch. Ton ist so wichtig. Und als das dann irgendwann in meinem Kopf Klick gemacht hatte, da waren sogenannte Ansteck- oder Lavalier-Mikrofone die einfachste und günstigste und zuverlässigste Art. Ton mit möglichst wenig Nebengeräuschen aufzunehmen. Aber wie das immer so ist, irgendwann will man da ein bisschen mehr, soll es ein bisschen mehr sein und XLR war dann für mich das neue Stichwort und ich habe lange mit dem Sennheiser MKH 416 gearbeitet. Das Mikrofon, was für viele von euch vermutlich die Referenz ist, wenn es um die Aufnahme von Stimmen geht und das sicher nicht ohne Grund. Letztes Jahr habe ich dann auf das Synco Mic D2 umgebaut. Das hatte ich getestet und hatte für mich klanglich keinerlei hörbare Unterschiede zum Sennheiser, kostet aber eben nur halb so viel. Jetzt habe ich aber schon seit einigen Monaten, fast sogar schon seit einem ganzen Jahr, ein neues Lieblingsmikrofon. Und das, obwohl ich von den Vorgängern nicht die allerhöchste Meinung hatte. Viele haben es vielleicht schon in den Einblendungen unten gesehen, zu Beginn der Videos oder gelesen. Mein neues Lieblingsmikrofon ist das hier. Das ist das Rode NTG 5. Um das geht es heute. Ich bin es David, ihr schaut der Vision und Film ab. Wenn ihr am Ende merkt, dass das Video euch gefallen hat, denkt an Like, Abo und vielleicht sogar einen Druck auf die Glocke und schaut natürlich auch gerne mal bei mir im Instagram vorbei. Rode, das ist natürlich eine der Marken, an die die meisten bei der Audioaufzeichnung oder bei Mikrofonen denken. Und auch ich selbst bin von Rode-Produkten immer wieder überzeugt. Selbst wenn der Audiomarkt mittlerweile echt überhäuft wird, sticht Rode immer wieder positiv hervor. Bei den XLR-Mikrofonen hatte ich aber anders als bei den normalen 3,5mm Klinke-Mikrofonen keine so guten Erfahrungen gemacht. Das Ganze fing bei mir Mitte 2019 mit dem Kauf einer Blackmagic Pocket 4K an. Die Kamera hatte XLR-Eingänge, also wollte ich auch ein XLR-Mikrofon dazu haben. Das NTG 4 Plus hatte leider einen viel zu schwachen Pegel, sodass man selbst mit der höchsten Stufe in der Kamera mit diesem Mikrofon eigentlich nichts anfangen konnte. Das NTG 3, was ich mir danach testweise zugelegt hatte, das hat die Pegelprobleme nicht, aber der Klang meiner Stimme hat mir nicht gefallen. Tja, dann bin ich über ein gebrauchtes MKH416 gestolpert. Ja, und durch diese kleinen Enttäuschungen war dann XLR und Rode für mich erstmal kein Thema mehr. Ich brauchte ja auch nichts Neues. In der Zwischenzeit kamen auch deutlich mehr 3,5mm Mikrofone auf den Markt, wie zum Beispiel das Rode VideoMic NTG, was ich immer noch total feiere. Oder das auch sehr überzeugende Wireless GO 2 System. Oder zuletzt auch hier getestet das VideoMic GO 2, was unfassbar gut ist und nicht mal nur für ein Plug-in-Power-Mikrofon, was keinerlei Stromversorgung braucht. Der neueste XLR-Streich ist das hier und das ist das NTG 5. Okay, so neu ist es gar nicht mehr, aber es hat für mich wiederum alle schlechten Erfahrungen ein wenig vergessen lassen, denn ich liebe dieses Teil und habe damit, seitdem ich es habe, eigentlich all meine Studio-Videos restlos aufgenommen. Wenn ihr nochmal wissen wollt, was es genau mit XLR auf sich hat und wo die Vorteile liegen, dann empfehle ich euch mein Video dazu hier oben rechts in der Infokarte eingeblendet. Kurz gefasst sorgt XLR dafür, dass es externe Störquellen nicht in eure Audioaufnahmen schaffen. Die Kabel sind geschützt durch einen Rückkanal. So kann die Kabellänge deutlich größer sein und eben auch ordentlich viel Strom durchs Kabel übertragen werden, um Mikrofone wie dieses hier ohne eigene Stromquelle mit 48 Volt Phantom-Spannung von der Kamera oder vom Rekorder zu versorgen. Denn XLR-Mikrofone sind in der Regel dumm. Komplett ohne jegliche Elektronik, ohne Schnickschnack. Sie sollen eben einfach nur den Ton aufnehmen. Um alles andere kümmert sich entweder das XLR-Modul auf der Kamera oder der Audio-Rekorder und derjenige, der dann eben den Ton im Schnitt abmischt und fertig macht. Aber kommen wir mal zum NTG 5 selbst hier. Bei XLR gibt es da ja meistens nicht viel zu erzählen, denn die Mikrofone sind mehr oder weniger eben analog. Zumindest die meisten. Wie gesagt, sie sind relativ dumm, aber das ist eben auch nichts Schlimmes, denn so sind sie langlebig und nahezu unkaputtbar. Was das NTG 5 aber besonders macht, ist vor allem die kleine Bauform. Ihr seht das schon, das ist deutlich kleiner als andere NTG-Mikrofone und auch deutlich kleiner als Mikrofone der Konkurrenz, wie zum Beispiel das von Sennheiser oder das von Synco, die beide gleich groß sind. Die Bauform macht es möglich, das Mikrofon direkt an der Kamera, zum Beispiel am XLR-Adapter als Run-and-Gun-Mikrofon zu verwenden und das eben mit der gewohnten Audioqualität von so einem guten Stück. Dabei wiegt es bei seinen 20 cm Länge auch nur 76 Gramm. Weniger als halb so viel wie der Sennheiser oder Synco. Für ein Audio-Setup wie an der FX3 oder hier eben mit dem Tascam XLR-Modul ist so ein kurzes und leichtes Mikrofon ein riesiger Vorteil, nimmt halt einfach nicht so viel Platz weg, ist nicht so schwer, lässt sich leichter montieren und kommt nicht ins Bild auch bei Weitwinkel. Und sind wir jetzt mal ehrlich, das NTG ist richtig schick. Also finde ich jedenfalls, auch wenn das natürlich keine Rolle spielt. Besonders am Design soll die Tatsache sein, dass es eben statt Schlitzen seitliche Löcher hat und die Aufnahme so klarer und unverfälschter sein soll. Könnte sich auch negativ auf die Abschirmung seitlicher Geräusche auswirken, das hören wir uns dann später mal an. Im Location Recording Kit, was ich hier habe, wird es mit Shockmount inklusive Handgriff, einem passenden speziellen Kabel, einem Windschutz in Form einer Deadcat, einem Stativhalter und einer kleinen Tasche geliefert. Und mit dazu gibt es auch noch diesen schönen Popschutz und das Ganze wird dann nur ausschließlich in diesem Paket verkauft und kostet so 425 Euro. Das ist circa die Hälfte vom bewährten Sennheiser, aber deutlich mehr als das günstigere Synco. Ich finde es super, dass das Mikrofon in diesem Kit geliefert wird, weil so das Nötigste für den Tonassistenten und die Nutzung im Außeneinsatz schon mit dabei ist. Ich verwende das Mikrofon übrigens immer ohne den Popschutz, weil es meiner Meinung nach deutlich weniger popanfällig ist, als das Sennheiser oder das Synco, was ich vorher benutzt habe. Die Charakteristik von dem Teil ist Superniere. Das heißt, es wird eigentlich nur das aufgenommen, was direkt vor dem Mikrofon sich abspielt. Und so soll das auch sein bei sogenannten Shotgun-Mikrofonen. Die sind ja dafür da. Nur so lässt sich der Ton richtig gut angeln, ohne Nebengeräusche. Und so mache ich das auch hier am Tisch. Klar hat auch eine Superniere ein bisschen was von rechts und links mit dabei, aber das ist eben so reduziert, dass man den Ton schön direktional aufnehmen kann. Das hören wir uns mal kurz an. Seitdem Canon Anfang November die R6 Mark II vorgestellt hat, ist die Frage natürlich für viele Sony A7 IV oder doch die Canon R6 II. So klingt das Ganze, wenn ich mich rechts vom Mikrofon befinde und so klingt das Ganze, wenn ich mich links vom Mikrofon befinde. Jeweils in einem Abstand von so ca. 50 cm zu den Mikrofonen. Bei mir hängt das Mikrofon hier über dem Tisch an einem Arm, der gerade so out of frame ist, sodass ihr das eben normalerweise nicht seht. Und trotzdem so nah wie möglich an mir dran, um den Ton möglichst gut aufzunehmen. Denn hätte ich mal eher gewusst, wie wichtig das ist, dass der Ton so nah wie möglich an der Geräuschquelle aufgenommen wird, tja, dann hätte ich nicht so viele Videos, die mir heute gar keinen Spaß mehr machen, sie anzuschauen, weil der Ton eben richtig schlecht ist. Ja, aber hören wir hier mal rein, würde ich mal sagen, oder? Denn abgesehen von dem praktischen Kit, dem kleinen Design, dem geringen Gewicht ist natürlich das Wichtigste, wie gut so ein Mikrofon klingt und ich finde, das klingt sehr gut. Sonst würde ich es nicht seit März für jedes Video einsetzen. Ich habe mal ein paar Vergleiche gebastelt mit dem Synco Mic D2, dem Videomic NTG und dem richtig guten bewährten Comica VM20. Alles klanglich echt gute Mikrofone, wenn auch keins aus der Premium-Preisklasse. Wie gesagt, das Synco klingt wie das Zenhiser MKH416, deshalb habe ich das ja behalten, also hören wir mal rein. Seitdem Canon Anfang November die R6 Mark II vorgestellt hat, ist die Frage natürlich für viele Sony A7 IV oder doch die Canon R6 II. Und ich denke, das ist eine ziemlich interessante Frage, da die beiden Kameras auf den ersten Blick in einem ähnlichen Preisbereich liegen. Also gehe ich der Sache mal wieder wie gewohnt auf den Grund und teste die beiden Kameras auf Herz und Nieren und jage sie durch ein paar Studio- und Real-World-Testparcours. Schaue mir die Unterschiede in Sachen Leistung, Funktion, Bedienung und Ökosystem an, um zu klären, was für euch am Ende die bessere Wahl ist. Gespannt? Na hoffentlich. Denn das hier ist der Vergleich zwischen der Sony A7 IV und der Canon R6 Mark II. Ich bin's David, ihr schaut da Vision und Film ab. Okay, wie gesagt, klanglich sind alle vier richtig, richtig stark. So dass die Unterschiede kaum ins Gewicht fallen und guter Ton kann man mit jedem davon aufnehmen. Die Nuancen liegen in den Details. Ich finde zum Beispiel das NTG 5 etwas basslastiger als das Synco, was es sich für mich irgendwie neutraler, vielleicht sogar klarer anhört. Aber ich habe jetzt nicht die tiefste Stimme und daher gefällt mir meine Stimme persönlich mit dem NTG 5 viel besser. Ähnlich ist das mit dem VideoMic NTG, das ist meine Referenz für On-Kamera-Mikrofone. Das klingt im Vergleich zum NTG 5 fast gleich und man hört keinen direkten Unterschied. Das VM20 ist das Einzige, wo man so einen direkten Unterschied wahrnimmt. Aber auch nicht so, dass man jetzt denkt, wow, ist das schlechter, sondern es ist eben einfach anders. Es klingt auch sehr klar, weniger basslastig. Dafür ist das mit einem Preis von knapp 120 Euro immer noch richtig stark für ein Budget-Mikrofon. Aber es geht ja um das NTG 5. Mir gefällt die Klangfarbe sehr gut. Was mich aber noch viel mehr überzeugt hat, ist das Nächste. Hört mal in den Rauschtest der Mikrofone rein. Gleicher Pegel wie vorher beim Sprechtest, nur diesmal. Ohne, dass ich was sage. Und hinterher um 15 Dezibel gepusht in Resolve. Ja, und das ist mal was, was ich einen Unterschied wie Tag und Nacht nenne. Beim NTG 5 höre ich da absolut kein 0,0 nichts an Grundrauschen. Beim Synco hört man das schon deutlicher, dass da ein bisschen was rauscht und fiepst. Und die Non-XLR-Mikrofone, die schneiden alle leider in dieser Hinsicht etwas schlechter ab. Eben auch einer der großen Vorteile von XLR und eben auch einer der großen Vorteile von Premium-Mikrofonen wie diesem NTG 5. Alle vier Mikrofone sind als Superniere ausgelegt. Nehmen also wie gesagt vor allem das direkt vor dem Mikrofon auf und alle nehmen sich da auch nicht viel. Und deshalb brauchen wir jetzt nicht nochmal reinhören. Ich habe euch ja das vorhin schon vorgespielt, wie das beim NTG 5 klingt. Insgesamt überzeugt mich das NTG 5 sehr. Nicht nur klanglich ist das ein Wucht und für mich, für meine persönliche Stimmfarbe, meine neue Referenz. Nein, auch der Lieferumfang, die Größe, der Preis. Das geht vollkommen in Ordnung noch dazu. Die mit Abstand sauberste Aufzeichnung, die ich bisher bei einem Mikrofontest gehört habe. Man kann echt viel Geld für gute Audio-Technik bezahlen. Aber ich denke, dass man mit dem NTG 5 als XLR-Mikrofon nicht viel falsch macht für um die 400 Euro. Aber schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr das seht oder was euch beim Soundtest am meisten überzeugt hat, welches für euch am besten klingt. Wenn das NTG 5 euch überzeugt, dann findet ihr Links dazu da unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr über diese Links einkauft, unterstützt ihr damit wie immer kostenlos diesen Kanal und sorgt so dafür, dass ich weiterhin solche Videos für euch machen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like unter dem Video, abonniert auch gerne den Kanal und drückt super gerne auf die Glocke, wenn ihr keine neuen Videos mehr verpassen wollt. Wie gesagt, auch liebend gerne mal am Instagram vorbeischauen. Und hier gibt es jetzt noch zwei weitere Videos, die ihr euch im Anschluss anschauen könnt, denn das war es für heute bei DaVision. Ich wünsche euch schöne Feiertage und sage dann mal, ciao bis zum nächsten Mal.